Könnte ein Sportteil sein, oder? Was ist denn da? Ein riesen Wecken. Wo hält der mich vor? Was ist denn hier los? Jetzt wird mich mal kurz kacke in die Hose. Diese dämliche Tür. Hallo ihr Lieben, willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind heute mal in einem Kinderkurheim. Ich laufe jetzt mal durch. Ich denke, soviel wird es interessant, dass wir es nicht geben. Wir schauen mal. Genau, bis gleich. Dann kommen wir da hinten rum. Na gucken mal, los, Laufmann. Wirfmann, 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 die Zerstörung hier einsetzt. Ja. Ja, wir haben vor endlicher Zeit schon mal hier gewesen. Da wurde aber hier was gemacht. Und jetzt haben wir gesehen, es ist einfach aufgegeben. Halt. Es ist einfach aufgegeben, aber hinten sehe ich was. Könnte ein Sportteil sein, oder? Hahaha. Ein riesen Becken. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht. Hier rein. Hier sind wir jetzt in dem Becken. Hier sind wir jetzt in dem Becken. Da ist das Becken. Machst du das? Das war bestimmt eine Tür, oder so was. Das war bestimmt eine Tür. Haltendig weit. Wow, das ist unter dem Becken, gell? Ja. Hier ist die Schwimmbautechnik. Ja, genau. Das ist unter dem Becken, gell? Ja. Komm ich ja weiter? Komm ich nicht? Ja. Ach, Gott sei Dank. Nee. Wir müssen zurück. Ja. Kannst es versuchen. Dafür, dass es gar nicht so interessant aussieht, ist ja noch ein großes Schwimmbautechnik. Das hätte man nicht gedacht. Aber, deshalb werden wir jetzt auch mal weiterschauen. Vielleicht habe ich ja noch. Was weiter hast du? 21. Vielleicht gibt es ja noch andere Überraschungen. Mal gucken. Ne? Kein Unfall. Okay. So. Schauen wir mal. Ja. Die eine oder andere Sache werden wir schon finden. Das ist komisch. Wieder runter hier. Ja, jetzt machen wir mal die Duschen. Oder kann das mal ein Asylentenheim früher gewesen sein? Vielleicht hat es noch noch drin? Weißt, wie es mein? Mhm. Diese riesen Stahlbalken hier, guck mal. Das ist keine Stahlbalken. Das ist keine Stahlbalken. Das ist keine Stahlbalken. Das ist Lüftung. Ich sehe das ab. Okay. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Geräusche hier. Das wird eine Tür oder irgendwas dergleichen sein. Ich habe noch nicht die Tür aufgemacht, ja? Haben wir auf die Tür aufgemacht? Was ist denn hier los? Die hier? Seid ihr auch? Jetzt wird mich mal kurz kackerein in die Hose. Diese dämliche Tür. Okay, Christoph, du hast ja bleiben, ja? Danke. Aber ja. Nee, aber ja. Wie gesagt, wir haben die Sonnierung definitiv abgebrochen. Ja, wir machen jetzt auch nur einen Schnellgang hier. Gell? Oh, hier windet es drinnen. Hier ist ein Wind drinnen. Das ist der Heizungsraum. Ja. Hier ist ein Wind, das könnt ihr euch nicht vorstellen mit dem. Wahnsinn. Das ist da, wo du eben parken, äh wo du eben standst. Aufpassen. So, also hoch. Hier ist teilweise sogar was zugemacht. Guck mal. Ach, vielleicht gibt es hier doch noch eine Turnhalle oder sowas. Was? Hier? Das war die Turnhalle. Das war die Turnhalle früher. Aber ihr seht selber, es ist nass, es ist entkernt, es ist was gemacht worden. Hier die klemmen wollte. Nee, das ist nicht schön. Guck mal, das ist ein Stein. Wie gut. Das sind die neue. Das wurde gemacht, genau. Wie gesagt, aber da haben wir das hingewiesen, aber dann nicht abgeschlossen. Der Stein ist cool. Oh, ich guck dich die Treppen an, wie weit so hoch geht. Also ist schon ein bisschen beeindruckend, oder? Da, guck mal. Es gibt immer was zu sehen, sag ich doch. Guck mal, diese geile Feuerstelle hier. Das sieht ja mega aus. Du denkst bis zum Flur, du bist aber draußen. Und hast du hier eine richtig coole Feuerstelle. Das ist ja auch cool, oder? Ja. Mega. Das ist echt cool. Hier bist du draußen. Da kannst du rausgucken. Christian. Dann gucken wir mal hier rein. Aber es ist ja schon kraft wie geil verwinkelt. Wie hoch das geht. Guck mal, die wieder hoch. Ja, sag ich ja. Hier noch mal die Feuerstelle von oben. Hier geht es aber weiter mit dem nächsten Flur. Und da geht es dann hier hoch. Beeindruckend ist doch schon mit den Treppen. Was? Was sagst du? Ich hab mir heute fragt nur ein bisschen, ob es da nicht dringt. So, jetzt gehen wir mal die Treppen hier hoch. Geht unter die Treppe. Ein Stück. Ich weiß auch nicht, ob es da rum geht. Ich glaube schon. Ja. Puh. So, dann gehen wir hier durch. Hier sind wir wieder draußen. So. Ja, wie geht das wieder hier rein, so? Alter Spielplatz. Schaukeln. Das ist wie so ein Reck oder da sind so Stangen dazwischen, wo man da klettern konnte. Das ist eine große Wippe. Auch da hingen mal sicherlich die Reifen dran. Und das ist so. Wie denkt man das Ding? Schaukelwippe. 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 Und das ist eigentlich alles kaputt. Keine Scheibe mehr ganz ab. Wie so oft. Das sagt man ja schon so oft. Aber schade drum, dass es nicht weitergemacht wurde. Das ist wahrscheinlich entweder, weiß ich nicht, ich denke mal das Geld ist ausgegangen und man sieht den Fortschritt drinnen. Aber wie gesagt, dann wurde er abgebrochen. Denke ich auch. In diesem Sinne, wenn ihr Bock habt, schreibt ein nettes Kommentar. Wenn ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr gerne ein Abo setzen. Wir begrüßen euch ganz herzlich neu auf dem Kanal, wenn ihr das wollt. Und ganz wichtig für alle. Apportiert. Aktiviert bitte die Glocke. Apportiert die Glocke. Holger möchte apportieren. Dann verpasst ihr nichts mehr. Sitz. Er hat Sitz gesagt. Dann verpasst ihr nichts mehr. Und wir sehen uns im nächsten Video. Auf morgen bis wiedersehen. Ciao.